Siehste. Ja. Attraktiv heißt aber nicht unbedingt, dass ich direkt von der Person das will. Was? Was um alles in der Welt, Mech? Was soll das? Was macht die? Sie mischt sich in meinen Chase ein? Ich war die Boxi jetzt. Aber dann haben wir alle nichts. Doch. Haben wir.